Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Schwindel, um Gleichgewichtsstörungen. Viele, die damit zu tun haben, haben ja schon eine ganze Odyssee hinter sich und suchen immer noch nach der richtigen Diagnose. Heute geht es um eine Form, bei der eigentlich der Name einen fast schon schwindelig werden lässt. Es ist nämlich die Vestibularis Paroxysmi. Was ist das und wie behandelt man das? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Uwe Kehler. Er ist Chef der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Kehler. Sagen Sie uns, Vestibularis Paroxysmi, wie ergeht es dem, der sowas hat? Die Patienten haben so anfallsartige Schwindelattacken, meist Drehschwindel, manchmal auch Schwankschwindelattacken. Die halten nur für ein paar Sekunden an, vielleicht 10, 20 Sekunden und dann sind die wieder weg. Die können aber auftreten 20, 30, 50, 80 Mal am Tag und die können so schlimm sein, dass, wenn die Patienten gerade stehen, sogar hinstürzen, hinfallen, weil sie sich nicht mehr auf dem Bein halten können mit dem Schwindel. Also Drehschwindel heißt, es beginnt sich um mich herum zu drehen, subjektiv. Schwankschwindel heißt, der Boden scheint so zu schwanken, wie auf einem Schiff. Und ist das jetzt Tag für Tag, Jahr für Jahr? Ja, diese erscheinen immer wieder, die treten immer auf, ohne dass man das irgendwie steuern kann und sind für die Patienten natürlich absolut behindernd, weil sie gar nicht mehr irgendwo hingehen können, ohne nicht Angst haben zu müssen, zu stürzen oder sonst was. Dass sonst etwas passiert, können auch gar nicht mehr arbeiten damit. Gibt es noch weitere Symptome, die dazu passen, die oft damit auftreten? Ja, die Patienten haben bei dieser speziellen Schwindelart häufig dabei kurzzeitig auch im Rahmen der Attacken Hörstörungen oder ein Hörgeräusch. Das ist für den Neurochor oder für den Behandler auch gut, dass er dann auch die Seite besser differenzieren kann. Manchmal ist gar nicht ganz sicher, von welcher Seite, es gibt ja zwei Gleichgewichtshäden, von welcher Seite das kommt. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand, der sowas erlebt, der geht dann zu dem Arzt seiner Wahl, zum HNO-Arzt wahrscheinlich, und der versucht sich an einer Diagnose. Wie treffsicher ist denn die dann? Oder gibt es da Verwechslungsgefahren? Ja, es ist am Anfang relativ schwierig, ist auch deshalb schwierig, weil diese Schwindelattacken nur vier Prozent der Gesamtschwindelform ausmachen. Besonders häufig wird es mit dem häufigen Lagerungsschwindel verwechselt. Auch deshalb, weil auch bei diesen Schwindelattacken, bei der Vestibularis-Poxysmie, kommt es auch manchmal durch Kopfbewegung zum Auslösen dieser Schwindelattacken. Und deshalb kann man das mit dem gutartigen Lagerungsschwindel verwechseln, der ja häufig von alleine wieder geht. Das heißt, ich sagte ja auch schon, viele haben ja eine Odyssee hinter sich. Wenn die dann zu Ihnen kommen und die Symptome schildern, wie stellen Sie dann fest, dass es sich tatsächlich um diese Form von Schwindel handelt? Zum einen höre ich mir natürlich an, wie das sich anhört und wie diese Schwindelattacken sind. Und dann kann man sie ganz gut behandeln, zumindest anfangs, mit Medikamenten, die man auch bei epileptischen Anfällen einsetzt. Sogenannte Antikonvulsiva. Und der Schwindel spricht eigentlich in den meisten Fällen sehr gut darauf an. Wenn man aber diesen Schwindel hat, muss man noch weiter suchen, woher das eigentlich kommt. Das macht man heute mit einer Kernspintomographie. Man muss auch da differenzialdiagnostisch ein bisschen nachdenken. Es könnte nämlich auch mal ein kleiner Tumor im sogenannten kleinen Brückenwinkel am Gleichgewichtsnerven sitzen, der auch so eine Symptomatik auslösen kann. Zusätzlich findet man aber in einer Spezialkernspintomographie, wenn man danach sucht, auch einen Gefäß-Nerven-Konflikt. Bei dieser Vestibularis-Pauxis-Mie drückt nämlich ein Gefäß auf den Gleichgewichtsnerven, dort, wo er gerade in das Gehirn oder in den sogenannten Hirnstamm reinzieht. Und wenn wir das haben mit dem Schwindel zusammen, dann sind wir uns relativ sicher. Das ist auch gleichzeitig die Ursache jetzt, also das, was im Gehirn eigentlich passiert und was diesen Schwindel auslöst. Könnten Sie uns das nochmal genauer beschreiben, was da aufeinander drückt? Also ein Gefäß, was normalerweise auch da ist, was möglicherweise über die Jahre so ein bisschen länger wird, so ein bisschen auslatscht, wie man hier in Norddeutschland sagt, drückt dann immer mehr gegen diesen Nerven. Und dadurch können die Isolierfasern des Nervens kaputt gehen. Und dann können einzelne elektrische Reize von verschiedenen Fasern überspringen. Wir nennen das E-Fapsen. Und dadurch kommt es dann zu diesen plötzlichen Schwindelattacken. Und das ist ganz ähnlich wie auch bei der Trigemnusneurologie oder bei dem Gesichtszucken, beim Hemispasmus-Fatial ist genau die gleiche Ursache, nur an anderen Nerven. Heißt das, dass es eine Frage des Alters ist, weil Sie ja sagten, die Gefäße leiern aus und dann braucht es mehr Platz, der ist aber nicht da? Ja, typischerweise ist das eine Erkrankung, die eher bei den älteren Patienten da ist. Da aber auch eine gewisse Spielart der Natur die Gefäße anders verlaufen lassen kann, als es bei anderen oder jedem anderen ist, kann das auch mal schon im frühen Erwachsenenalter auftreten. Aber häufiger ist es, dass es erst später auftritt, so 50 plus. Und Sie sagten eben, dass da dann durchaus Teile, Nervenfasern von dem Nerv kaputt gehen. Heißt das dann, dass man das womöglich gar nicht therapieren kann, weil der Nerv defekt ist? Nein, der Nerv geht insgesamt nicht kaputt, sondern die Isolierschicht nur. Und die Isolierschicht kann sich auch wieder erholen, wenn dieser Nervenkonflikt behoben wird, der Nervengefäßkonflikt. Dieser Konflikt, genau. Also, dass die beiden zu nah aneinander liegen und sich ständig kurzschließen, so kann man das ja eigentlich sagen. Ja, kurzschließen tut sich nicht das Gefäß mit dem Nerven, sondern verschiedene Nervenfasern in dem Nerven, weil die Isolierschicht, wie bei einem Kabel, wenn die Isolierung kaputt ist, dann kann der Strom von dem einen Kabel auf das andere überspringen, wie ein Kurzschluss. Jetzt würde ja so ein Elektriker schlicht und einfach die beiden Kabel auseinanderdrehen, würde sie neu umkleben und wieder zusammendrehen. Machen Sie das auch so? Ähnlich. Also, wir operieren das, stellen diesen Konflikt dar, präparieren das Gefäß ab. Dadurch ist schon dieser Druck nicht mehr auf, da werden die einzelnen Fasern auch nicht gegeneinander gedrückt, dass die Patienten sich in den meisten Fällen sehr schnell erholen. Und diese Isolierschicht, die kaputt gegangen ist, die kann sich selbst wieder aufbauen mit der Zeit. Wie geht denn das, dass Sie den Nerv trennen von dem Gefäß? Das ist eine mikrochirurgische Operation. Wir müssen erst mal zu diesem Nerven hinkommen. Das geht über eine kleine Eröffnung des Schädels hinter dem Ohr. Dann geht man zwischen dem kleinen Hirn und der Schädelbasis zu diesem Nerven. Dann präpariert man ihn frei, lockert ihn von dem Nerven, das Gefäß von dem Nerven. Und dann kommt, damit es nicht wieder dazu kommt, ein kleines Kissen dazwischen, um diesen Kontakt auch für die Zukunft zu verhindern. Wie groß ist dieses Kissen? Das ist in der Regel so zwei, drei bis fünf Millimeter groß. Also relativ klein. Das klingt jetzt so einfach. Also Sie gehen durch so ein kleines Loch durch in der Nähe des Ohres und schieben dann, also trennen zuerst Nerv vom Blutgefäß. Dann schieben Sie diesen Patch dazwischen und ziehen die Geräte wieder raus. Und das bleibt alles so liegen? Ja, also einmal wird das gegengedrückt und dann werden diese kleine Kissen wird so gesetzt, dass es dann auch nicht irgendwie verrutschen kann. Das kann man dadurch, dass man es besonders zurechtschneidet, so hinbekommen, dass man da keine Angst haben muss. Wenn man Bedenken hat, kann man das auch noch zusätzlich mit einem besonderen Biokleber festkleben, damit es nicht verrutscht. Woraus ist dieser Biokleber? Das ist ein körpereigenes Fibrin, ein Eiweiß, was so aufbereitet ist, dass dieses gerinnt und klebt. Das ist ganz gebräuchlich in allen chirurgischen Fächern. Und wenn man jetzt diese, oder wie lange dauert diese Operation? Genau, das ist ja erst einmal so eine Frage. Also geübter Hand ist das etwa anderthalb Stunden, vielleicht mal zwei Stunden. Man braucht einfach ein bisschen Übung dafür. Tatsächlich ist ja so eine seltene Erkrankung, dass man selten eigentlich mit dieser speziellen Operation Übung hat. Aber wenn der Operateur dann häufig Trigeminus-Neurologin oder ein Hemispasmus-Fazialis operiert, was genau in der Gegend ist, die gleiche Operationstechnik ist, dann ist derjenige auch der geeignete für eine solche Operation und kann das in einer Stunde, zwei Stunden ganz gut durchführen. Ja, immerhin ist es ja eine Operation am Kopf und da hat man ja doch Respekt davor, dass da was schief gehen kann. Kann da was schief gehen? Es gibt keine Operation, bei der nicht irgendwas schief gehen kann, aber insgesamt ist es eine sehr sichere Operation. Die häufigste Komplikation, die wir bei dieser Operation haben, ist, dass mal Nervenwasser austritt. Das Gehirn schwimmt ja in Nervenwasser. Wir müssen, wenn wir also zumachen, das auch alles wasserdicht kriegen, was kein Problem für uns ist. Aber es kann mal im Rahmen von Hustenattacken, Niesattacken sein, dass diese Klebung oder diese Naht irgendwo einreißt, das Nervenwasser austritt. Das ist nicht so schlimm, wenn man es auch gleich behandelt. Es ist manchmal unangenehm zu behandeln, weil die Patienten mehrere Tage im Krankenhaus dafür bleiben müssen, für diese Behandlung. Aber man bekommt diese Komplikationen immer in den Griff. Das heißt also, sofern man sofort damit eben auch ins Krankenhaus dann fehlt? Genau, wenn das auftritt, das tritt, wenn es auftritt, eigentlich nur in den ersten Wochen nach der Operation auf. Die Patienten sind immer darüber informiert. Und wenn sie gleich kommen, ist das kein Problem. Können andere Nerven geschädigt werden während der Operation? Ja, man operiert am Gleichgewichtsnerven und am Hörnerven. Die können theoretisch geschädigt werden. Aber das ist eigentlich unwahrscheinlich, weil man direkt daran arbeitet und diese die ganze Zeit sieht. Aber theoretisch ist das möglich. Und wahrscheinlich Vollnarkose, nehme ich an, oder? Ja, das wird auf jeden Fall in Vollnarkose gemacht. Der Kopf darf sich auch keinen Millimeter während der Operation bewegen. Das ist ganz wichtig. Wenn der Kopf sich bewegen würde, dann wäre natürlich die Operation sehr viel gefährlicher. Ja. Wie sehen Sie diese feinen, feinen Strukturen, die es da zu trennen gibt? Wir haben ein Operationsmikroskop. Mit diesem Operationsmikroskop kriegen wir das besonders gut ausgeleuchtet. Es kann mal sein, dass wir ein bisschen um die Ecke gucken müssen, dass wir auch ein Endoskop dazunehmen müssen. Und damit kriegen wir dann die Bilder auf Monitor oder in unsere Okulare des Mikroskops immer gut eingeblendet. Und wenn dann die Operation vorüber ist und man liegt dann auf der Station im Bett, kann einem dann auch noch schwindelig sein? Ja, in vielen Fällen ist der Schwindel tatsächlich gleich weg, aber längst nicht in allen Fällen. Es ist nicht immer so, als ob ein Schalter direkt umgeswitcht wird. Manchmal dauert es ein paar Wochen, aber in den meisten Fällen ist der Schwindel tatsächlich wesentlich gebessert oder weg. Womit hat das zu tun? Wie lange es braucht, damit der... Das hängt wahrscheinlich doch wesentlich davon ab, wie lange dieser Schwindel vorher schon bestanden hat. Wenn der schon jahrelang vorher bestanden hat, ist die Prognose bzw. die Erholungszeit verlängert. Und das ist wohl das Wesentliche, weil auch möglicherweise der Schaden durch diesen langen Druck größer ist. Ach so, und dass sich dann der Nerv eigentlich wieder entfalten muss oder regenerieren muss. Dass er länger braucht, um sich zu regenerieren. Genau, man weiß ja, dass Nerven eine ganze Zeit brauchen, auch um wieder... Ja, wobei es da auch mehr um diese Isolierschicht geht, die sich erholen muss. Der restliche Nerv funktioniert eigentlich weiter. Ja, und wann bin ich wieder einsatzfähig? Also jetzt nach dieser Operation? Wie lange brauche ich, um mich von der OP zu erholen? Also wenn der Schwindel gleich weg ist, dauert das etwa so zwei bis vier Wochen, bis Sie wieder Ihren normalen Alltag machen können. Wenn der Schwindel etwas länger braucht, müssen Sie das natürlich davon abhängig machen. Aber in der Regel, wenn alles bestens geht, der Schwindel sofort weg ist, sind Sie auch nach zwei bis vier Wochen wieder so, dass Sie normal arbeiten können. Man muss vielleicht noch einschränkend sagen, wenn man am Gehirn operiert, darf man drei Monate nicht Autofahren. Also falls jemand Autofahrer ist, muss er das berücksichtigen. Aber mit dem Schwindel kann er sowieso nicht Autofahren. Ja, mit dem Schwindel wäre es nicht gegangen, genau. Und nach der OP dann auch nochmal drei Monate nicht. Wie ist das? Ist man sozusagen prädestiniert dafür, dass es dann wiederkommen kann? Weil Sie ja anfangs sagten, naja, also die Gefäße leiern ein bisschen aus, manchmal ist es auch auf Anlage bedingt. Nein, also wenn das einmal operiert ist und dieser Gefäßnervenkonflikt behoben ist, mit einem Tissen auch verhindert wird, dass es wieder dazu kommt, ist man davon geheilt. Es könnte mal sein, dass man mal kein richtiges Gefäß findet oder dass es eine venöse Kompression ist. Da könnte es schon sein, dass es mal zu einem Rezidiv kommt. Wenn es zu einem Rezidiv kommt, also wenn es wieder auftritt, würde man auch immer zuerst nochmal mit diesem Antikonvulsiver loslegen, bevor man da nochmal rangehen würde. Von denen Sie ja sagten, die helfen am Anfang schon, aber nicht ewig. Ja, die helfen am Anfang meistens sehr gut. Das Problem ist, dass man sie manchmal sehr hoch dosieren muss, dass die Patienten diese Nebenwirkungen schlecht vertragen. Oder aber mit der Zeit, weil sie weniger effektiv mit der Zeit sind, immer höher dosieren muss und dann auch die Nebenwirkungen steigen. Gut, vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017